So Leute, da bin ich wieder, zurück vom Urlaub. Und ich habe für euch ein kleines Video am Flughafen gedäht. Ich habe dann Whopper mit Käse gekauft. Und ich blende jetzt mal das Video ein. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Abo da, einen Daumen hoch. Und Leute bitte, keine Abos fälschen. Keine Abos fälschen. Keine Abos fälschen. Keine Abos kaufen. Nur echte Sachen hier im Kanal. Video. 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 Okay? Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018